So, hier ist er wieder, The Void Doctor, bei unserem allerersten Let's Play, den wir jetzt mal hoffentlich ein Stück weiter auf Ende, Richtung Ende zu bewegen können. Und darum sind wir jetzt hier bei Beschwörungsnacht 2, Schwert, Herstellungsgeschichte und Eich, höre schon auf zu übersetzen und mach weiter. Level 30 und fast 16 Stunden investiert. Ah, hoffentlich kommen wir bald mal zum Ende entgegen. Für ein Gameboy-Spiel ist das schon ziemlich umfangreich hier. Ja, Waffen, Kettensägenschwert, Kreissägenaxt und Vortex-Sperr. Ah ja. So können wir unsere Viecher entweder zersäbeln oder aufspießen. Ah, was hast du zu sagen? So, keine Sorge, wegen Blair. Ich kümmere mich schon um ihn. Ah ja, Blair war der Ziehvater von unserer Handwerkslerin Ariel. Ha, diesmal habe ich nicht alles wieder vergessen. Und wir machen jetzt auf die Suche, da war irgendwas Wichtiges. Ah ja, genau, wir sollten Richtung Wald, nicht wahr? Und was ist mit dir? Ach so, ja. Hey, Moment, was ist mit dir? Nichts Besonderes hier. Gibt es irgendwas, was ich einkaufen kann? Was wir dringend brauchen? Ach, ja. Wie viel von dem Zeug habe ich überhaupt? Ah ja, da steht's, ne? In Grau drunter. Da muss ich auch mal kurz hingucken, ne? Haben wir eigentlich alles genügend? Das ist ein Rubin-Dings da. Verteidigungs-Plus-15. Naja, wir können ja auch noch Sachen herstellen. Gucken wir mal schnell nach. Ja, und hier. Erstklassige Verteidigung, ein bisschen Angriff drauf. Adamantium hat Maximum-Verteidigung, aber senkt die Angriffskraft zu stark. Das Deep-Low-Bracelet, genau. Das wollten wir doch mal machen, irgendwann. Dazu fehlt uns... Oh, wow, wir haben praktisch alles. Wow. Okay, dann müssen wir nur... ...ganz simpel... ...das Dingi ausziehen. ...und dann können wir... ...na, nicht kaufen. Oh, da war ich zu hektisch wieder. Erschaffen. Ah ja, Verteidigung stark, aber unsere Agilität ist schon niedrig genug. Dank der schweren Waffen, die wir mit uns rumschleppen. Und da wir nur einen Ausrüstungsgegenstand tragen können, kümmern wir uns mal lieber um die ganzen Treffer, die wir kassieren. Und machen das Deep-Low-Bracelet. Genau. Bing. Das ist zwar kein großer Aufstand, was wir jetzt hier gemacht haben. Nur ein paar Pünktchen hier und da mehr. Aber jedes bisschen hilft. Und vielleicht kriegen wir in der nächsten Runde mal einen nützlichen Gegenstand, der unserer Verteidigung auf die Sprünge hilft, ohne gleichzeitig irgendwas anderes absaufen zu lassen. Und wir machen uns jetzt mal weiter auf den Weg Richtung Story. Da war ja noch irgendwas. Wir müssen immer noch diese komischen Schwerter finden. Ich glaube, zwei von denen haben wir gefunden. Und dann gab es irgendeinen Ärger. Dann konnten wir den dritten... ...ä... ...nicht mehr aufhalten. Ich glaube, das meinten sie nicht. Augenblick. Ich guck mal, wo wir hin müssen. Okay, Schneiderzeit zu Ende. Wir haben die Story wiedergefunden. Ah, Tomei, der Trottel. Ah, ich weiß, das ist alles meine Schuld. Aber ich habe hier ein bisschen Reparaturen durchführen lassen. Ah, gute Arbeit. Und ich würde mit dir gerne über Borgrim sprechen. Oh, ach so, du meinst diese komische Kreatur, die von einem bösen Geist besessen ist. Ah ja, genau. Und kein Wort dafür, dass das ein verdammter Riese ist. Gut, gut, du verstellst, du tust unseren Supermonster hier ein bisschen besser verstehen. Ich weiß nicht, ist das gut, ist das schlecht? Ich denke, es ist möglich, einen japanischen Tempel-Talisma-Dings da... Ich versuche das gar nicht, das auszusprechen. ...herzustellen, um den bösen Geist zu exorzieren. Ich hoffe, das klappt besser als in der Exorzist 2. Talisman? Jipp, es ist eine Art Talisman. Wenn du einen bösen Geist auf diese Weise besiegen willst, dann brauchst du nur deinen ganzen Geist darauf zu konzentrieren, einen Talisman zu schaffen. Oder die... Oder sie haben gar keinen Effekt. Naja, herumschlampen kann also sogar... ...die in der Geisterwelt einen Einfluss haben. Kannst du deinen ganzen Geist nicht... ...konzentrieren auf einen Talisman zu machen? Nun, sie ist Handwerksritterin und... ...wir haben schon so viele Waffen geschmiedet, müsste Talisman eigentlich auch gehen. Ach, sie sieht das realistischer als ich. Naja, nee, danke. Ich mache Waffen und so weiter. Keine komischen Talismane. Naja, stimmt. Das ist unmöglich für Amateure. Du musst ein... Jetzt versuche ich es mal... ...on... ...jodgy Master sein. Um so etwas Tolles zu machen. Wow, sehe ich aus wie sowas? Naja, es wäre schneller, wenn ich es machen würde. Aber ich kann's. Mein Horoskop hat gesagt, heute wäre mein Unglückstag. Bis jetzt ging's ja ganz gut, aber... ...ich werde's euch überlassen. Ah ja, und was sollen wir jetzt machen? Tja, du sagst, du wärst ein Handwerksritte, richtig? Jipp, ich mache Waffen zusammen mit meiner Partnerin. Kannst du mir zeigen, wie du das machst? Ähm, klar. Hm, was für ein unglaubliches Glühen. Ich kann sehen, dass eure Seelen zusammen in Harmonie arbeiten. Haha, danke. Was? Bei wem bedankst du dich? Ist verrückt? Psst, wir wollen, dass er uns hilft. Naja, ich denke, anstelle des Talismans... ...kannst du ja ein Schwert herstellen, um den bösen Geist... Ja, ja, genau, hey, mit einem Schwert. Genau, das war mein Gedanke auch. Ein Schwert, um böse Geister zu vertreiben? Ja, so kann man's auch nennen. Ich hab einen alten Mann getroffen, der... ...gerade am Fischen war. Er hat Antidämonenerz. Diese funktionieren wirklich gut gegen böse Geister. Genauso wie gegen Dämonen. Benutze die Materialien von dem Antidämonenerz, um ein Schwert zu machen. Boah, die geben sich irgendwie gar keine Mühe mehr. Jetzt heißt es schon Antidämonenerz. Was kommt als nächstes? Antigaudererz? Ich werde ein Zauber auf das Schwert sprechen. Danach solltest du keine Probleme haben, böse Geister zu verbannen. Und da du ein Schwert machst, sehe ich wirklich keinen Grund, warum du... ...probleme damit haben solltest, deinen eigenen Geist in den... ...Schmiedeprozess einzubinden. Oh Gott, was war ein langer Satz. Danke, danke. Aber muss es wirklich ein Schwert sein? Ja! Ich mag, ich mag Schwerter. Also werde ich dann... ...meinen Zauber nur auf Schwerter sprechen und auf nichts sonst. Wow, der ist wirklich durchgeknallt. Aber was soll's. Aber sobald ich den Zauber drauf gemacht habe, wird es nutzlos sein. Außer gegen böse Geister. So, was? Ich kann's also nur benutzen gegen Geister und nicht gegen nichts sonst? Genau. Ein Schwert, das einen Zauber... ...aufgaben an sich drauf hat, ist nicht mehr länger eine Waffe. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dieser Platz wurde bereits beeinflusst bei dem bösen Geist. Wir müssen irgendwo anders hin. Und wo sollen wir hin? Ähm... Nun ja, der Fischplatz, der ist ein guter. Genau, wir gehen zu diesem Angelteich hinüber. So, und jetzt muss ich mich vorbereiten. Ich treffe euch an dem Teich. Ihr solltet euch auch beeilen. Ähm, okay. Ja, der ist Kuckoo für Kuckoo Pops. Great. Also gut, wir geben ihm das Schwert, das wir aus dem Antidämonenerz machen. Und da haben wir wohl keine andere Wahl. Ja, gut. Gucken wir mal, ob wir noch ein Schwert übrig haben, das wir auseinandernehmen können. Und dann schmieden wir neues mit Antidämonenerz. Jetzt müssen wir nur den alten Kerl finden. Ja, jetzt labert er mich hier schon wieder vor. Darüber, wie man angelt. Das weiß ich schon, verdammt. Ich hab sogar, glaube ich, mal in einem Video gezeigt. Also, hey. Gut, du da. What should I do? Ah, ja. Eisenerz. Leaformtorn. Beastcrest. Boostmotor. Beastkingcrest. Hartschel. Ah, ja. Ich wusste es. Oh, ja. Ich hasse es, wenn ein Spiel sowas macht. Jetzt müssen wir angeln, um Punkte zu kriegen. Damit werden das Herz kommen. Ja, so kann ja gut gemacht Programmierer. So kann man die Leute auch dazu zwingen, zu angeln, nicht wahr? Man macht es einfach zur Pflicht, weil wir jetzt nicht weiterkommen. Okay, angeln wir. Aber wenn es zu lange dauert, dann fange ich an, das hier rauszuschneiden, bis wir es haben. Fangen wir mal mit Würmern an, die sind am billigsten. So. Oh, ganz so weit wollte ich eigentlich nicht. Ist immer besser, wenn man näher dran ist. Weil, wenn man dann einen Fisch gefangen hat, muss man hier natürlich auch wieder an Land ziehen. Ne? Bing, getroffen. Fisch on. Und jetzt heißt es immer dann drücken, wenn die Power möglichst stark ist. Damit wir den Fisch hierher holen können. Denn wenn wir drücken, wenn die Power zu niedrig ist, dann nimmt der Fisch wieder ober. Und da ist er auch schon abgehauen. Darum ist es aus irgendeinem Grund tatsächlich sogar schlecht, wenn wir zu weit werfen. Weil dann kriegen wir keine guten Fische. Also, zum guten Angeln. Möglichst wenig Power beim Auswerfen und möglichst viel Power beim Einfangen. Und, und. Power Fisch on. Und jetzt müssen wir ihn anfangen. Yeah, wir haben ihn gleich. Yeah, yeah, yeah. Das ging doch. Ah, ja. Angeln. Und die Zeit ist auch schon zur Hälfte abgelaufen. Wir haben gerade erst einen Fisch. Gucken wir mal, wie viele Punkte das am Ende sind. Und Fisch on. Und powern, 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 powern. Und powern und. Da haben wir Fisch Nummer zwei. Na, das geht doch. Immer möglichst nah rauswerfen. Und dann den Fisch einsammeln. Ist eigentlich viel simpler. In den Spielen wie Breath of Fire 3 und so, dann ist ja das Angeln richtig integriert quasi. Auch wenn es im dritten Teil noch ein bisschen absurd ist mit Walen und so weiter. Hier ist es quasi nur ein kleines Minispiel mit Fischen und so weiter. Äh, ja. Und das ist halt simpel. Sehr simpel. Jetzt gucken wir mal, ob wir in der verbleibenden Zeit noch einen Fisch kriegen. Das Timelimit verstehe ich natürlich nicht ganz. Oder ist das die Zeit, wo Ariel dann plötzlich keine Lust mehr hat und eine Pause braucht. Okay. Wupp. Wir müssen den Fisch sammeln. Wir müssen den Fisch sammeln. Fisch. Oh, er ist entkommen. Zeit ab. Oh, wow. Und das hat jetzt 15 Punkte gebracht. Und wie viel brauchen wir? Ah, ja. Ich glaub nicht, dass wir hier das holen. So gerne will ich nicht fischen. 350. Oh. Okay, ich meld mich wieder, sobald ich die Punkte hab. Bis dahin, White Doctor out. Okay, ich bin wieder da. Und wie ihr sehen könnt, hab ich endlich gelernt, richtig zu angeln. Denn wenn man teurere Sachen als Köder benutzt, kriegt man auch teurere Fische. Logisch, nicht? Ich denke, jetzt haben wir bald genug und es war doch nicht so schlimm wie gedacht. Aber mich ärgert's trotzdem, dass wir dazu gezwungen werden, diesen Stuss zu machen. Um Himmels Willen. Ich mag angeln. Also, mir macht's nichts aus, eine Stunde oder hier so, so hier zu sitzen und versuchen, verschiedene Fische zu fangen. Selbst bei so den simplen Sachen. Das reicht immer noch nicht ganz. Aber trotzdem, dazu gezwungen zu werden, naja. Wenigstens ist es angeln. Aber ich stell mir ungern vor, wie er reagiert. Der Angeln absolut hasst, der an diese Stelle kommt und angeln muss, ne? Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier mitkriegen. Nur so zur Neugierde. Ja, naja, let's go. Oh, nee, scheiße. Ah, verdammt. Das ist immer schlecht. Eigentlich hab ich festgestellt, dass man manchmal an anderen Stellen auch andere Fische kriegt. Mit anderen Worten, wenn man ihn in die Nähe wirft, kriegt man manchmal andere Fische und bla bla bla. Aber so wichtig ist es nicht. Der Preil, der Punkteunterschied scheint hauptsächlich daraus zu kommen, wie teuer der Köder ist, den man einsetzt. Ich teste das mal mit diesem recht billigen Köder, den ich jetzt noch habe. Muss ich natürlich erst mal einen Fisch kriegen. Oh ja, das war schlecht. Ah. Bäh. War auch wieder zu weit. Typisch. Ah, ich hab ja eben gesehen. 180 und vier Fische. So schlecht bin ich gar nicht. Aber kaum hab ich die Kamera angeschaltet, da geht's wieder los mit meiner dumpfeinderei. Jetzt muss ich hier warten, bis der Köder aktiv wird. Und jetzt Fisch on. Und jetzt immer schön ziehen, sobald die Power stark ist. Oh Gott. Und das eben war wirklich schlecht. Und wir haben so einen krummischen... Was ist das? Ist das... Ist das... Ist das ein riesen Mund da vorne dran, oder? Äh. Naja, zumindest ist es eine andere Art von Fisch wieder. Abwechslung ist ja gut. Sonst würde ich das nicht ausweiten hier. Ja, so ziehen wir das Ding mal ran. Naja, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, in der Fall... Jetzt kriegen wir nur noch einen dritten Fisch und dann ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Das heißt, hoffentlich kriegen wir noch einen dritten Fisch. Na los, beiß an. Und... Jep, Fisch. Oh, und jetzt müssen wir nur noch versuchen, ihn einzufangen, ohne uns allzu dumm anzustellen. Ah, das war nicht so stark. Ah yeah, jetzt haben wir dich gleich. Ha. Get. Ähm, vierten kriegen wir wohl nicht mehr, weil die Zeit ist gleich abgelaufen. Genau. Time out. Oh. Time out... Oh, 30 Punkte. Nur, diese komischen grünen Fische sind kaum besser als die normalen Fische. Boost-Motor Beast King Crest Hardshell Ja, das sind alles tolle Sachen, ja Aber ich versuche mal Da wir ja das Schwert wahrscheinlich verlieren Anti-Dämon-Erz Na toll Ich versuche mal ein zweites von den Dingern zu kriegen Damit wir mal eine richtige Waffe machen können So, hab ich Punkte eingetauscht Und jetzt machen wir das mal richtig Dann zeige ich euch mal Jetzt probieren wir mal Ah, hab ich aufgebrochen Den Red Schwimmen Schauen wir mal, was wir da kriegen Na, was kriegen wir da? Was kriegen wir da? Was kriegen wir da? Ah, ja Und Fisch on Und Wie sieht's aus? Und Oh, ja, das war wieder schlecht Aber wir haben ihn Und wir kriegen Fetten lila Fisch Okay Spulen wir mal vor Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir fertig sind Und das war's mit der Angelei Diesmal hab ich sogar geschafft Wie man sehen kann Zwar nur ein bisschen Punkte mehr zu kriegen Aber wir haben es geschafft Alles voll zu angeln Bevor die Zeit abgelaufen war Leider Reicht's noch nicht für ein zweites Dämonenärzt Also Kann ich jetzt mal auch etwas demonstrieren Was ihr ja leider übersehen habt Während meiner Punktesammlei Was man machen kann Was man fangen kann Wenn man ganze Hummer einsetzt So Das machen wir jetzt mal ganz simpel Na, Hummer Hummer Los Beiß an, Fisch Ich hab einen Hummer Hier für dich Einen Hummer Ja, gut Fisch on Und Was Fangen wir dadurch Und Ähm Was Was ist das? Ein Alien-Fisch? Eine Art Ach, jetzt Ich seh den Fisch von oben Ja, jetzt versteh ich Das ist also So eine Art komische So wie diese Wälse Die bei uns im Steinhuder Meer leben Und so Ei, ei, ei Also Merkt euch das, Leute Wenn ihr angeln wollt Habt ihr zufällig Einen ganzen Hummer Irgendwo rumfliegen Den aus dem Meer geangelt habt Dann könnt ihr den Hummer Dann dazu benutzen In einem Süßwasserteich Wälse Einzufangen Logisch, nicht? Sehr logisch Gut Dann machen wir mal weiter Und schauen Wie viele Wälse Wir fangen können Bis zum Schluss Jupp, jupp Wälz, Wälz Wälz, Wälz Pff Los Wir kriegen nicht Wälz Wir kriegen nicht Wälz Ah Bleib hier Ah ja Hier müssen wir aufpassen Weil wir ein paar Mal Daneben greifen Dann haben wir Pech gehabt Ich versuche jetzt mal Ganz, oh Weit hinten Mal Und gucken Ob wir da irgendwas fangen können Oder ob wir zu dumm sind Und wieder mal ins Klo greifen Und das war's Fisch on Ja Hier müssen wir immer Fast Maximum Power kriegen Sonst Haben wir Pech gehabt Bevor der Fisch nah genug ist Arg Ah Nein Ah Komm her Ah Was Was Ist das ein Katzen Das ist ein Katzenfisch Ne Oh ja Wow ey Das ist gut Ich hab einen Katzenfisch eingefangen Und der sieht doch noch aus wie eine Katze Spiel Dafür hast du was gut bei mir Das macht so viel wieder gut Jetzt schauen wir mal Ob wir noch was fangen können Oh nee Zeit Zeit ist um Zeit ist um Eio Aber wir kriegen ordentlich Punkte Ja Da ist sie hier Katzenfisch Oh Mann Das tut mir irgendwie leid Können wir den Katzenfisch Nicht wieder freilassen Leider hat der Katzenfisch Nicht ganz gereicht Äh Die Eskapade war allerdings ein bisschen witzig Muss ich zugeben Aber wir haben ja leider noch was Was wir ausprobieren können Leider Nämlich das hier Das demonstriere ich auch mal kurz Wenn wir Muscheln benutzen Was passiert dann Ready Let's go Und Angelzeit Dann schauen wir mal Was für eine Fischart Wir mit Muscheln einfangen können Na Da kommt schon wieder ein Fisch an Witzig Wie die immer alle gleich aussehen Egal ob der Fisch selbst wie eine Katze aussieht Oder ein riesiger Wels ist Aber die Schatten Sind wie üblich gleich Oh jetzt haben wir einen dunkelblauen Fisch Fangen wir mal ein paar von denen ein Um Punkte zu machen Damit sich das auch lohnt hier Da haben wir schon wieder ein Viertel der Zeit verloren Also los Beiß an Ja Fisch Und Und Zieh dann Jupp Das geht schnell Ich versuche noch einen blauen zu kriegen Und dann gucken wir mal Ob wir da ganz hinten noch irgendwas anderes kriegen So wie eben Wie ihr gesehen habt Wenn man sich die Rue macht Einen der möglichst schwer zu fangenden Fische zu kriegen Dann hat man manchmal eine Überraschung Also jetzt komm Los 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 Beiß an Beiß an Und Yep Fisch on Na das ging doch Jetzt versuchen wir mal ganz hinten was einzufangen Und hoffen dass wir da noch genügend Zeit für haben Na los Fischi 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 Komm her Fisch on Und jetzt müssen wir ziehen Yeah Maximum Power Maximum Power Maximum Power Maximum Power Maximum Power Und Äh Wow Sind das ein Barracuda Versuchen wir mal schnell In aller Schnelle noch einen weiteren blauen Fisch zu fangen Gut Mit Muscheln können wir also blaue Fische kriegen Und Riesige Barracudas Ja Aber warum nicht Oder soll ein Hecht sein Andererseits bei den Klauen Maulen Dings da Sieht das eher aus wie ein Barracuda Oh Wow Praktisch in letzter Sekunde 170 Punkte Wow Da haben wir fast den Rekord gebrochen Ein paar rote Fische mehr Und wir wären drüber gewesen Aber das ist jetzt irrelevant Weil Wir kriegen Ein Oh Drei Punkte Drei Punkte Okay Dann angle ich nochmal Aber das müsst ihr euch jetzt nicht mehr antun Bis nach dem Angeln Ach Endlich Das zweite Erz Und jetzt lassen wir das Später können wir nochmal zurückkommen Wenn wir mal den zusätzlichen Dings da brauchen Oder so Aber Wir wissen jetzt wie es geht Ah ja Der Faulpelz kann da rumstehen Und machen was immer der macht Wir benutzen jetzt erstmal die Dämonenkling Yay Quatsch das Dämonen Erstmal nicht Die Dämonenklingen müssen wir immer noch suchen Zwei haben wir schon unter unserem Bett Jetzt ist mal wieder Schmieden Angesagt Und jetzt Das ist ein